Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit. Letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Sparky Linux, eine Distribution, die sehr viele vorkonfigurierte Desktops mitbringt. Sparky Linux gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal in der Variante mit Debian 12 als Unterbau, also das ist aktuell die stabile Version von Debian und das ist die stabile Version auch von Sparky Linux. Und dann gibt es auch noch eine Rolling Release Distribution, die aktuell auf Debian 13, also das kommende Debian mit dem Codenamen Trixie basiert. Sparky Linux könnt ihr sowohl auf 32-Bit-PCs installieren, als auch auf 64-Bit-Systemen und auch noch auf dem Raspberry Pi. Ja, und es gibt viele Oberflächen, die mitgeliefert werden, die zwar aus dem Debian-Repo sind, aber durch so einen eigenen Paketmanager installierbar sind. Das macht es deutlich einfacher und das Ganze ist auch grafisch, von daher müsst ihr euch bloß nachher was aussuchen, was ihr haben möchtet. Und da gibt es diese bekannten Standard-Desktops, also LX-Cute, Mate, XFCE, KDE, ein Gnome wird da irgendwo noch rumfliegen und so weiter. Also die Dinge, die man eigentlich schon kennt. Interessant finde ich eigentlich, dass es auch noch darüber hinaus andere gibt, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Über diesen Paketmanager kann man nämlich andere Desktop-Umgebungen installieren, unter anderem CDE oder NSCDE, Lumina bzw. Draco, was ja irgendwie so ein Fork ist, was irgendwie zusammengehört, und Sugar und UQI. Ja, das meiste davon werdet ihr eventuell noch nie gehört haben. Also so ein bisschen klingelt es bei mir bei CDE, das kennst du doch von so ganz früher aus dem Solaris-Umfeld, da war das vorinstalliert, also da war es der Standard-Desktop. Sugar ist dieses vom One Laptop Per Child Projekt. Ja, und das, und das, und das kannte ich so gar nicht. Ja, neben den ausgewachsenen Desktop-Umgebungen gibt es auch noch verschiedene Fenstermanager, also die wirklich dafür da sind, um Fenster auf den Bildschirm zu bringen, vielleicht noch einen Desktop zu zeichnen und eine gewisse Art von Startmenü auf dem Bildschirm zu zaubern. Aber mehr machen die eben auch gar nicht. Da gibt es unter anderem Awesome, Enlightenment, Fluxbox, Ice-WM, J-WM, Openbox, Openbox in der schwarzen Variante, Noir, Pack-WM und Window-Maker. Die kann man auch alle installieren mit dem Paketmanager. Und dann gibt es auch noch diese Tiling-Window-Manager, also die Kacheln auf dem Bildschirm drauf zaubern, was man eigentlich dafür nutzt, um es mit der Tastatur zu nutzen. Da gibt es BSP-WM, also Beispiel, wahrscheinlich, i3 und Sway. Ja, also das kann man relativ einfach installieren dabei. Das werde ich mir zum Teil auch nochmal angucken. Das ist nämlich das, was ich während des Weihnachtsmonats, also im Dezember, vorhabe. Und da ich mir nicht so einen Stress machen wollte, habe ich mir überlegt, naja, ich picke mir jetzt mal vier von diesen Desktops raus, die eher so ein bisschen unbekannt sind und mache jede Woche so einen, beziehungsweise auch zwei, wenn die thematisch sehr zusammenpassen. Einmal CDE, quasi das Original, und NSCDE, genauso wie Luminar und den Fork Draco dazu und Sugar und UQI. Ja, das ist so das, was ich im Dezember vorhabe. Wenn euch Sparky Linux interessieren sollte, könnt ihr es natürlich auch runterladen und weitere Informationen von der Projektseite beziehen. Damit wir jetzt auch nochmal ein bisschen was davon sehen, was das so ist, wie sich das wirklich anfühlt, habe ich jetzt mal in der virtuellen Maschine die XFCE-Version genommen. Also ihr ladet ein ISO runter, da ist dann entweder ein Desktop mit bei oder keiner. Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem XFCE-Desktop entschieden und das Ganze mal in eine virtuelle Maschine reingeschmissen. Und wenn ihr von diesem ISO bootet, dann sieht das erstmal so aus. Ich habe jetzt hier diesen Countdown gestoppt, der normalerweise hier durchläuft und dann die erste Option startet. Ich möchte eigentlich das jetzt schon mal umstellen. Und hier gibt es More Languages. Da gehe ich einmal drauf und runter, German. So, und jetzt wird sich gleich die Auflösung ändern, sodass ihr nicht mehr alles seht. Wo, wo, wo. Jedenfalls temporär, bis es sich gleich wieder ändert. Mal. Also, kann man hier auch nochmal. Damit die Balken weg sind. Jo. Oh, mal gucken. Vielleicht setze ich auch gleich im Weg. Kann alles passieren. Das ist jetzt das Sparky Linux 8 Seven Sisters. Hm. Gut. Und ja, jetzt haben wir diesen Desktop hier. Und das, was ich eigentlich ja machen möchte, ist, das Ganze zu installieren. Also, Sparky Installer, gehe ich drauf. Das haben sie, ähm, ja, nicht ausführbar gemacht. Hätte ich jetzt gemacht bei so einem ISO, aber ich möchte es trotzdem ausführen, weil ich es ja wirklich installieren möchte. Das kann nochmal kurz zu. Ja, die Sprache ist jetzt Deutsch. Das hat er übernommen. Und, ähm, genau. Das ist jetzt da auch aus dem ersten Punkt, den ich da in dem Bootmenü ausgewählt habe, übernommen worden. Dass es auf Deutsch ist. Einmal weiter. Standort. Stimmt auch. Dann, äh, Tastatur. Einmal hier so. Ja. Klappt. Ich habe hier eine virtuelle Maschine mit einer komplett blanken Platte. Also, von daher kann der ganze Speicher benutzt werden. Und, ähm, ja, eigentlich, ähm, ja, eigentlich möchte ich jetzt auch gar keinen Swap dafür haben. Also, nicht für meine Testzwecke, die ich hier habe. Ich habe der virtuellen Maschine 4 GB RAM gegeben. Ich denke mal, damit komme ich ganz gut klar, ohne dass ich jetzt extra Swap dafür brauche. Je nachdem, wie ihr das produktiv einsetzen möchtet. Wobei das natürlich eine Frage ist, ob dieses Rolling Release, was ich hier verwende, äh, eine gute Idee ist. Ich würde sagen, eher nein. Aber die Standardvariante, das Stable, weil es ja auf Debian basiert, kann man, denke ich, mal so verwenden. Und man müsste es natürlich anders partitionieren, dass es auch zu eurem System passt. Also, weiter. Dann, äh, so kreativ. Ja, also, wie immer der Hinweis, für Produktivsysteme natürlich was Richtiges verwenden und nicht einfach, ja, was, was Einfaches nehmen, ne? Also, ne, Sicherheit geht vor, wenn man es wirklich machen möchte. Genau. Weiter. Installieren. So, und jetzt wird hier partitioniert, formatiert und dann wird entpackt. Also, oder vielmehr von dem ISO, was ich eingelegt habe, wird irgendwas rüberkopiert auf das System. Also, auf die richtige Festplatte bei euch oder bei mir die virtuelle. So, wenn man jetzt zufälligerweise was anderes gemacht haben sollte, zum Beispiel was anderes aufnimmt und dann nach gewisser Zeit mal zurückkommt und guckt, wie weit die Installation von Sparky Linux durch ist, dann soll man jetzt Passwort eingeben. Super Sache, ähm, der Bildschirmschoner ist angegangen. Also, beim Installationsprozess, Bildschirmschoner, ähm, der ein Passwort will, blöde Idee. Ich habe jetzt mal geguckt, wahrscheinlich ist das Passwort live, L-I-V-E. Okay, ist es wirklich, aber das ist ja wirklich eine dumme Idee. Okay, jetzt neu starten und erledigt. Mal gucken, ob es klappt, dass es die virtuelle CD auswirft. Ne, kriege ich da nicht hin. Ja, gut. Also, das ist eher so Mittelgut bis jetzt. Also, das habe ich schon mal alles besser gesehen. Jetzt bootet das Ganze auch von der Festplatte. Und, ja, da haben wir jetzt auch schon gleich den XFCE Desktop in der Sparky Linux Variante. Mit ein paar vorinstallierten Programmen, mit Thunderbird ist dabei, LibreOffice ist dabei und ein paar andere Sachen, die ihr von anderen Distributionen, beziehungsweise von Debian auch kennt. Die Optik ist, glaube ich, ein bisschen anders hier als unter dem Standard-Debian. Aber mehr oder weniger ist das Ganze nicht überraschend anders. Was es allerdings interessant macht, ist hier Aptus, das App-Center, also das App-Center. Einmal Passwort eingeben. Und, wenn ich das jetzt nochmal größer mache, ja gut, das mache ich gleich. Das müsst ihr nicht sehen. Das ist so langweilig wie überall anders auch. Aber das, was ich hier an diesem Aptus App-Center interessant finde, ist hier Desktops. Und dort haben wir diese ganzen einzelnen Desktops zum Anklicken und können die installieren. Ich habe mir die jetzt noch nicht angeguckt. Also jedenfalls nicht die, die ich wirklich während des Dezember machen möchte. Das ist für mich auch so ein bisschen, wir packen mal zusammen so ein Desktop aus, mal gucken, was da passiert. Und ich will mich davon überraschen lassen. Also von daher habe ich das nicht vorbereitet und werde das vorher auch nicht anfassen. Trinity habe ich ja schon mal gezeigt in verschiedenen Videos. KD-Plasma kennt man. Dann Budgie hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Live-Sendung. Cinnamon, ja. Dann hier Gnome in den beiden Varianten. Flashback ist, glaube ich, das ohne 3D-Beschleunigung. Das Normale, was ihr kennt. Dann, was hatten wir noch? Mate, genau. Und XFCE, das ist hier schon mit drauf bei dem ISO, was ich habe. Ja, genau. Also das soll es insofern auch gewesen sein. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr eine Distribution verwenden möchtet, die euch das Nachinstallieren von Desktops relativ einfach macht. Über Anklicken und Installieren und dann mal ausprobieren. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gerne mal aus oder lasst es halt auch bleiben. Sparky Linux ist vielleicht meinen Blick wert. Wenn ihr mal wirklich viele Desktops durchprobieren wollt, ja, genau. Guckt euch das an, lasst es bleiben, wie auch immer. Ja, ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und ja, tschüss. share. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.